Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja Leute, heute spielen wir wieder das Fortnite und heute spielen wir wieder in der Fortnite die Fashion Show, Leute. Ja, das heißt, der schönste Charakter, der den besten Gleiter, den besten Maut und so weiter hat, Leute, kann gewinnen. Es gibt drei Plätze und, ähm, ja. Aber bevor wir beginnen, Leute, könnt ihr auch gerne noch in die Kommentare oder auf meinen Discord-Saison noch mit Hashtag FragRam und noch Fragen schreiben. Und ihr werdet dann in meinem nächsten Tune-Day-Video dann beantwortet, Leute. Und ja, ich würde sagen, genug gelabert, wir fangen jetzt mal an, Fashion Star zu werden. Ja Leute, hier ist unser Tourenbus, Leute, das ist mir gerade hier rausgekommen. Und hier ist das Gebäude, unser Fortnite, heißt das Gebäude, ich weiß nicht, ob ich einen besseren Namen ausdenken kann. Ähm, genau so, und das schönste, klar, Leute, der wird gewinnen. Und ihr seht, ich habe mir ja einen neuen Star Wars Genere gekauft, einen Stuntrooper. Ähm, und ihr könnt auch gerne immer noch in die Kontan noch mitentscheiden. Sagt ihr, ihr würdet das, ihr findet den besser als hier. Also, schatzt ihr auch mal in den Kontan, eure Meinungen. Und, ähm, genauso, es gibt dir vier Runden, Leute. Runde 1, Skins, Leute, werdet schützen können. Oh, und wir sind so gerade hier der Erste, okay. Ähm, mein Gegner ist, okay, die da. Oha, okay. Okay, so, hier seht ihr meinen Skin. Leute, wie gesagt, schreien konnte, würde mich wen oder da die andere. Ähm, ja, also, es würde es interessieren mich natürlich für immer. So, okay. Ähm, ich denke, die meisten waren bei der hier gerade, bei Skins auch nie. Ähm, das war jetzt nicht so nice. Ach, das ist Punkt ja noch mit den Nix-Aufgaben. So, wen haben wir hier? Ähm, die Katze oder sie hier. Ähm, beides Battle Pass-Skins. Ich glaube, ich finde es hier ein bisschen besser da. Ähm, ja. Es sind da beides Battle Pass-Skins. Battle Pass-Skins sind bei mir so, okay. Es gibt ein paar coole, aber nicht immer coole. Aber ich glaube, da fand ich die Katze da besser. Ähm, ja. Oha, hier wieder Battle Pass-Skins. Und auch wieder Battle Pass-Skins. Okay. Ähm, ich finde das Tor schöner irgendwie. Weil der da hinten ist ganz Gold, der mit dir ist. Und der da ist noch nicht so ganz Gold. Da finde ich irgendwie ein bisschen schöner. Wen haben wir jetzt hier? Okay. Die oder die hier. Ähm, puh. Mir würde es nicht mal, Leute. Ich glaube, ich finde die dann auch ein bisschen besser. Ich weiß gar nicht, ist die meisten jetzt da auch dabei? Ja, da weiß ich gar nicht. Ja, Leute. Also, ich habe das Ding schon mal einmal gewonnen. Äh, da war ich dann auf Platz 2. Aber ich habe das erstmal einmal gewonnen. So. Noob-Skin oder den? Ah, ich fand da Noob-Skins besser, oder? Oder, Leute? Ne, komm, Spaß. Äh, ich finde den besser. Aber das trotzdem wäre ich noch zu dem Anfassender gegangen. Okay, das finde ich jetzt stark. So, wer kommt jetzt? Ähm, dieser Motorrad-Rider da? Oder hier den hier? Oh, shit. Ich glaube, ich finde den besser, Leute. Ich habe den auch in meinem Goldhuis in der Saulange gespielt. Hier ist erstmal ein neues Kind, Leute. Ähm, ja. Ja, ich glaube, die meisten waren auch für... Ich weiß gar nicht, wie heißt denn der? Sieht doch so ein Ritter oder doch irgendwie so. So, diesen verbrannten Keks. Oder die hier. Ähm, puh, 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 puh. Ich finde verbrannten Keks ein bisschen besser. Okay, ähm, wer kommt jetzt hier an? Achso, weil hier war die von gerade eben. Ne, Fass im Keks besser. Oh, ja, hier, Runde 2. Skins und Emotes, Leute. Ähm, genauso, hier haben wir ja einen neuen Emote gekauft. Äh, unser Last Warrior, Leute, den werden wir machen. Und ich weiß nicht, soll ich den machen? Ich dachte so, dass es passt, hat nichts Platz. Okay. Ja, jeder macht keinen Emote. Ich finde das eigentlich recht gut. Und derzeit muss ich überlegen, Leute, welchen Emote mache ich? Soll ich den machen? Oder ich, ich mache einmal verschiedene, Leute, ja? Wir können auch einfach alle drei Emotes einmal machen. So, wen haben wir hier? Den Golden Medias oder den Motorradfahrer da? Ich würde den Motorradrader sagen. Okay. Natürlich seinen Standards gehen. Und er macht keinen Emote. Naja, finde ich den hier besser. Wen hättet ihr ab hier genommen, Leute? Den oder den hier? So, oh, ich bin jetzt dran. Okay, Leute, wir müssen jetzt alles hier geben. Ähm, ich bin auf der Seite. So, warte mal. Ich nehme jetzt einfach nochmal diesen Emote hier. Ja, da kommen schon ein paar rüber. Okay, Leute, das sieht mega gut aus. Ja, komm, komm. Ja. Komm, Keks. Ja, und komm. Ihr da auch noch. Okay, Leute, ich glaube, die meisten sind mit mich, oder? Da, 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 da. Okay, das ist geil. Okay. Ich weiß nicht, wie viele bei mir waren, aber ich glaube, es verändert der Hälfte. Der Hälfte war noch bei mir noch mehr. Okay, das. Das ist echt nice, Leute. So, die lilanen oder den hier. Ähm, das war, das, das war, ähm, damals auch mein Lieblings-Emote, Leute. Ja, den hab ich so gefeiert. Ich hab diesen Emote da geliebt, ne? Mit diesem Planeten. Ähm, wartet mal. Wenn ich ihn finde. Ah, hier. Ja, ich, ich hab den übelst gefeiert, wo der, ja, Battle Pass war. Ja, Leute, schau mal kurz mal. Findet ihr meinen Skin, ja, ich sag mal, schön? Oder findet ihr andere besser? Ähm, also schau mal in die Kommis. Ähm, ähm, ich glaub, ich find den Keks da besser. Oh, ja, der, der Maut, ah, der ist nicht der. Es geht auch zu den ähnlichen Mauten. Das ist auch geil. Okay, die nächsten beiden. Ich weiß nicht, falls sind das jetzt die letzten bleiben, äh, beiden oder noch nicht. Ähm, okay, wieder unseren Cartoon-Skin. Ja, oder die hier. Äh, ja, machen meinen Mauter, ja. Puh, ich glaube, ich nehm dann die hier. Aber, die macht keinen Mauter, ja. Okay, komm, jetzt heute die letzten. Müsste es, meine ich, jetzt ist es ein. Okay, der Noob-Skin, der Anfang-Skin oder der hier. Ja, ich glaub, ich bleib bei dem hier. Ja, ich bleib bei der Leute. Äh, aber der hat auch ein paar Anhänger. Das find ich echt cool, dass auch ein paar Leute noch sagen, okay, wir gehen noch da zum Anfang-Skinner noch rüber. Ähm, ja. Okay, da ihr habt die Skins im Maut und die Glider. Ähm, ja, ich glaub, Glider habe ich hier wohl den hässlichsten, ja. Ich hab dann den Star Wars Glider da genommen vom Battle Pass. Ähm, aber guck mal, was die anderen da so drauf haben. Ähm, ja. Ich glaub, ich find ja im gesamten Tier schön, aber man kann's nach dem Glider ja nicht sehen. Das find ich mega schade, aber ich glaub, insgesagt, vielleicht sieht er irgendwie schöner als, ja, das da hinten. Ich hab das auch mal gemacht damit. Ich hab mal, ich hab mal einmal mit, ähm, den, ja, mit diesen Skinnen nur ein Gold angenommen, Leute. Dafür den war gar nichts. Oh, okay, ich bin dran. Ähm, okay, komm, bitte. Willst jemand mich hier? Hier mein Glider. Die hat die, ja, kommt ja, das ist schön nach Glider, kacke. Kommt zu mir, bitte, Leute. Nein, jetzt hab ich auch noch den falschen Emote. Na, Leute, wollte ich doch gar nicht. Mann, wieso hab ich jetzt noch mal dahin gescohlt? Ich wollte, wo ist mir überhaupt der Emote hin? Ich wollte den Emote machen, Leute, ne? Ich wollte den machen, hat er was verkackt. Okay, ich hoffe mal, dass das jetzt keinen abgeschreckt hat. Ähm, ja, ich find den da besser, der da, ich weiß es halt nicht. Vom Glider, ich find, ich find, das passt irgendwie ein bisschen zu dem. Ja, die meisten sind's eigentlich für den Keks. Schau in den Kommentaren, Leute. Fandet ihr meinen Glider, ich sag mal, hässlich oder nicht? Weil, ist eigentlich das Schönste, aber der passt halt irgendwie zu Star Wars. Okay, diesen Regenschirm oder das Ding. Äh, da find ich das so besser. Ich bin halt irgendwie nicht so der Fan von diesen ganzen Regenschirm-Fallschirmen. Was wohl ja diesen Schirm da macht, ich bin davon irgendwie nicht so ein ganzer Fan, ja? Ich hab davon zwar auch viele, aber ich mag die Dinger halt nicht. Aber glider, ich noch weniger mag Star Wars, doch dieser Fallschirm da halt auch noch oben auch noch so, ja, rausgucken. Ich glaub, das müsste vielleicht der Anfangs drin haben. Ähm, ja, davon bin ich nicht so ein ganzer Fan. Aber die find ich halt noch hässlicher. Also, wenn ich eigentlich finde, die Schirme besser als, äh, diese Glider. Wieso gehen noch so viele zum Anfangs drin? Ich glaub, der Anfangs drin kann wirklich noch so ein Platz drauf und dann noch so werden, ey. Dias oder dir? Ähm, ja, zeig dir mal die Dinger. Okay, den. Ja, und mach doch auch noch deine Mode. Ach, Mann. Mach den Glider nicht. Okay, ich hab den Glider. Ach, der hat Zoom-Gleider. Äh, ich find, ich glaub, das ist das Beste. Okay, Leute, Runde 4. Skins im Haus, Glider und Items. Und wir können uns für ein paar Items kaufen. Ähm, und, ja, wir holen uns auch mal hier diese Waffe. Wir machen so, als wär hier so Star Wars Stormtrooper, Leute. Wir nehmen dann die Waffe, zeig dir jetzt nämlich vor 90 Jahren auch noch so die Waffe. Und das BD haben wir eh ich. Wir machen einmal so auch Star Wars Stormtrooper. Ich hab auch noch hier die schwarze Tarnung auch noch ausgerüstet. Wir haben das so in Star Wars und, ja. Okay, Leute, es beginnt mit Dias. Oder sie, sowas haben die für Dinger. Das Radio haben die. Also hat sie da, ja. Und er hat gar nichts ausgewählt. Okay, bisschen schade. Da find ich hier der Ding irgendwie heftiger. Ich find auch den Skin von General BD besser als der ganz goldene Medias-Skin, weil es einem nur, ja, komplettes Gold. Akkorde, ja, das wird da bleiben noch. Ja, und ich krieg da auch noch ab. Oh, Herr, gleich hier zweimal in einem Punkt. Okay, Leute, hier. Star Wars. Komm, Leute, schreib mir in den Kommentaren. Seid ihr Star Wars-Fan? Ähm, also ich bin Star Wars-Fan, wie man vielleicht hier ja schon jetzt so sehen kann, hier. Ähm, ja. Komm, bitte, sei es für mich. Also ich weiß, ein paar waren da für mich. Ähm, kommt noch einer rüber? Ich weiß es nicht. Komm, bitte. Okay, oder komm, bitte, sei jemand einfach hier rübergegangen. Ich denke, wir schaffen es noch in die Top 3. Ähm, dann Noob-Skin. Da anfangs sind, sorry. Und auch hier Feuerwerk, okay. Wo ist denn hier? Wo ist denn jetzt da Noob-Skin? Anfangs sind hier. Ja, ich find... Wobei, muss denn es gehen? Ja, ja, komm, ich find das doch besser, Leute. Ich glaube, da war eben von mir nicht so gut, dass ich meine Waffe gemacht habe. Aber damit bin ich überhaupt Platz 2 aber geworden. Ich hätte zwar Platz 1 werden können. Und so in den Regeln hier steht er auch. Wenn er nicht vorhört, verliert man einen Punkt. Ja, mir hätten drei Punkte gefehlt, Platz 1 zu werten. Und genau drei Runden hab ich mitgefallen, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, ne? Ich wäre Platz 1 gewesen. Ich hab mich so sehr geärgert. Ähm. Ja, komm, ich find das besser. Okay, jetzt haben wir wieder diese schwarze Ritter, da ich was ganz gut heißt. Und oh, H-Quade, der ist auch zugleich, die wie ich. Ähm. Oh, shit, Digga. Ich glaub, da find ich die besser. Was auch ich der 1x bin. Ah, nee, kann da noch ein paar Rüfer. Ja. Aber es ist cool, dass wir warten. Ich nicht da nicht über die Idee. Wir fanden da bei mir passen, das ist mehrmals schwarze Waffe. Und auch diese, ja, Waffe passt da irgendwie noch so. So, die Lila, ne, gegen die ganz pinkne, ähm, der hat Radio und die hat Waffe. Ähm. Ne, ich find die Ende auch total cooler. Ja, die, die kann ja noch bücken und schießen, also da fand ich mal ein bisschen besser. Ähm. Oh Gott, der backt jetzt noch alles wieder herum. Okay, Leute, das Finale. Wer wird Platz 3, 2 und auch 1? Ähm, oder auch 1, 2, 3, halt so herum. Okay, die, das Platz 3 kommt, bitte ich, bitte ich. Ihr, ich möchte jetzt Platz weiter. Dann Platz, ne, Leute, ich schaffe jetzt safe nicht auf Platz 1, oder? Ja, ne, okay, Leute, die haben es auf Platz 1 geschafft. Ähm. Der Schrammle Contare, hättet ihr mir jetzt vielleicht eins von den drei Plätzen hier gegeben? Platz 1, 2 oder 3? Ähm. Ja. Wobei, ich find den Kickseil jetzt nicht auch so schön. Der könnt auch echt gern stehen. Aber ja, gucken, welcher Platz ich eigentlich so war hier. Oh, ich war sogar Platz 5, Leute. Also, ich war gar nicht mal so schlecht, weil meistens sind ja auch schon wieder gelieft da. Ähm, ja, Platz 5 find ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ja, Leute, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sind da leider nicht in den Top 3 gekommen, Leute. Aber ihr könnt trotzdem gerne kurz loswerden. Abo da lasst und auch gerne noch die Glocke aktiv, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich wünsche euch jetzt aber einen Like von heute. Ähm, ja. Ob ich hier nochmal so eine Fashion Show machen soll, schreibt es gerne noch in den Kommentaren, Leute. Und ihr könnt auch noch gerne mit Hashtag FuckRambo noch in den Kommentaren noch eure Fragen schreiben, wenn ihr in meinem nächsten Kind der Video beantwortet, Leute. Und ihr habt aber auf jeden Fall immer noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Und ciao. Bye. Bye. via. Bye. Bye. Untertitelung. BR 2018